Moin moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Hogwarts und heute kümmern wir uns weiter um die Duellierleistung bzw. die Duellierleistung kann man schon sagen. Das heißt wir müssen ein paar Duelle machen und da immer die Herausforderung schaffen. 13 haben wir, 43 brauchen wir oder sowas. Das ist schon ein bisschen happig. Ich guck mal ob wir hier was finden. Wir fliegen einfach mal durch die Gegend. Und desto mehr Leute wir finden, wo wir was machen können, darüber freuen wir uns. Hier zum Beispiel. Und du brichst dich schon in der Irre bei der Wirkung von Depulso. Du hast doch Nora Treadwell mit rein. Warte, muss gucken. Depulso, den muss man da hinsetzen. Du bist doch derjenige, der Halo besiegt hat. Das hat nicht gereicht. Das ist ein Waldläufer. Ich brauche eine Atemträgerin. Das hat nicht so geklappt. Hat nicht so geklappt. Fliegen wir weiter. Ja, die mache ich jetzt nicht mehr hier, die Meldings schreien. Also die könnte man machen, aber ich habe jetzt keine Lust mehr. Du schweißt von deinen Anweisungen ab. Unterbrech mich nicht. Pass bloß auf. Das war nicht so schwer. Los geht's. Weiter geht's. Let's go. Da sind ganz viele. Warte. Warte kurz. Wollen wir seinen Gegner verbrennen? Das können wir ja nur mit ... nicht Bombardier, sondern hier mitmachen. Confringo. Und dann foltern wäre ja ... Das war auch der falsche Spruch. Ich brauche ja den Kruzio. Den brauchen wir ja. Hier können wir nochmal schnell den Ring aus Feuer machen. In Centrum. Was soll das? Was war das? Wenn das mal nicht nur weg wird. Shit. Das ist doch blöd jetzt, ne? Ich bin ja schon so stark, dass ich die alle so weg mache. Das nervt natürlich schon so ein bisschen. Nein! War der falsch? Ich wollte eigentlich den verzaubern. Mit dem hier. Und das war blöd. Na gut. Ja, so schnell läuft das, ne? Oder auch nicht. Dumm von mir. Gucken, wo noch Gegner sind hier. Was sind hier unten für Gegner? Na gut. Guck doch mal an. Das ist doch wieder. Oh Gott, das hat Glück, dass es eine Schutzzauber hat. Viel über den Metern merkst du das? Judas Roilands? Hey! Bombardier! Komm, Fringo! Das wird morgen wehtun. Haha, wenn du da ... Reduck nur! Reduck nur! Reduck nur! Du, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Da ist der Magius. Okay. Was? Das wird dein Spaß. Das wird dir gar nicht. Ach, Mann. Komm mit deinem Kram da. Ja, okay. Ich muss kurz warten, bis der Reducktor nochmal macht. Reduck! Mach nochmal Reducktor. Zeit, die Krallen auszupacken. Nein! Warum machst du immer diesen blöden? Bombardier! So, nochmal. Schlag! Du hast echt den Verstand eines Trolls! So. Ich, Bombardier! Easy peasy! Ein Bilderer weniger in unserer ... Aber, das braucht ein paar, wo ich ein paar mehr aufmachen kann, ne? Bombardier! Oh. ... Ok. weiter geht's! Da und paar Leute wieder. Wenn ich Pläne ausarbeite, erwarte ich von meinen eigenen Verbündeten sie nicht zurückzuhalten. Ich sollte mal nachsehen. Nein, die beiden gestorben davon? Ich hab was dumm. Sie sind echt beide gestorben von dem Angriff? Das war ja blöd. Das war wirklich blöd. Schade. Wir müssen eine andere Gegend aufsuchen. Ich glaube hier finden wir nichts Großes. Können wir uns irgendwo hinbeamen? Ist vielleicht einfacher. Irgendwo, wo wir wissen, dass da viele Gegner sind. Hier zum Beispiel auf freies Feld. Ringsum von Hogwarts werden wir nicht so viel finden. Glaub ich. Gucken wir mal hier. Oh, hier sind auch gleich schon zwei. Oder sind so Tiere. Die Aränen zählen nicht. Ich weiß nicht, dass ich das da machen kann. Duell-Leistung, oder? Bei den Arenen? Oder zählt das da auch? Dann würde ich einfach zu einer Arena fahren. Ich würde fliegen. Das wäre am einfachsten, oder? Sollen wir es mal testen? Wir gehen zu einer eigenen Arena hier. Die in der Nähe war. Hier irgendwo eine Arena. Wo waren nochmal die Arenen hier? Ne, das sind nicht die Arenen. Hier unten war auch hier war eine. Ich weiß nicht mehr wo. Ich meine, das war hier. Da ist das, ne? Kampf-Arena. So, machen wir mal hin und fliegen mal kurz rein. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber wenn das wäre, dann könnten wir viele Gegner auf einmal erledigen. Aber kann natürlich sein, dass es auch nicht funktioniert. Ich teste es nochmal. Gehen wir mal rein. Das würde wesentlich schneller gehen, als dieser... Die ist rumgekrebs. Aber du bist sicher, ist sich da drin umzusehen? Da nimmt es ein bisschen wie Superman teilweise. So. Testen wir mal. Keine Ahnung, ob das klappt. Wir testen es mal. Oh, er wollte gerade einen Felsen werfen. Weiß nicht. Nichts. Der soll mal ein Felsen werfen? Mal sehen, wie das ist. Na ja. Mach den auf den. Ja. Nein. 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 Oh, mit! Das war eine falsche. Oh, das ist so. Oh, komm. Wer hat mir mal einen Feldenklappe? Oh, ich falle genau in seine Richtung. Mist, du kannst ihn nicht rausfangen. Ach, warte mal. Ach, Mist, ich muss den abfallen lassen. Ich weiß nicht, Deppes. Check ich. Damit leider mal. Checkt. Oh. Abfallen lassen. Nochmal. Nochmal. Los, nimm mal einen scheiß... Ja, noch so einen scheiß Felden mal hoch da jetzt. Das hat mich da hinten noch mal erwischt, ne? Protego! So. Ich kann doch sterben. Gut. Entspann dich, mein großer Freund. Wo es jetzt kommt, was wir da machen müssen. Los, naja! Über das. Passiereό Weist. Magst du schmerzen? Glaubst du, Ekber, du könntest mich besiegen? Kutcher! Kompat! Glatio! Beculto! Vingadium libiosa! Incendio! Conceido! Kotzio! Vingadium libiosa! Bombardar! Okay, das ergibt hier ein bisschen mehr was raus, oder gibt es hier gar nicht. Ich würde in der Flamme stehen lassen, die ich krieren. Ich würde in der Flamme stehen lassen, aber ich würde in der Flamme stehen lassen. So. Okay. Acht Beine sind einfach zu viel. Na? Ja? Du wirst beruhig wie unfassend. Ja? Ich würde in der Flamme stehen lassen, oder? Ja? Ja? Ich würde in der Flamme stehen lassen, oder? Die Flamme standen bekannten. Ich würde in der Flamme stehen bleiben. Ich würde in der Flammeipe leisen lassen. Ja, da hoch! Mach es weiter, mach es! Mach es weiter, mach es! Au, Tyler! Mach es! Mach es weiter! Mach es weiter! Mach es weiter! Oh, das war ein Zeller. Klatio! Eppulso! Bombarder! Protego! Das hat man sicher bis London gespürt. Geschafft, aber hat jetzt nicht so viel gebracht, oder? Ich weiß nicht, wie viele wir jetzt noch haben. Ein paar waren es, aber ob es gereicht hat. Ich bezweifle es. Also, dass wir nicht voll haben, ist klar. Aber ich dachte, dass vielleicht... Die sind alle da drin. Mal gucken. Eine Herausforderung. Wie viel haben wir davon noch jetzt? 22 fehlen uns noch. 22 Stück. Wir machen mal ganz schnell hier drin. Jetzt wissen wir ja ungefähr, wie es geht. Versuchen wir noch einmal ganz kurz. Ah, jetzt habe ich da immer noch was geöffnet. Oder nicht? Aber nun mitbringen wir diese Miss others, dass wir also noch sehr viel Cornerwhy nicht nennen. Und dann müssen wir uns noch malsarbeiten um einen Sinn. Bis dahin wie weit. High High. Sag, dass wir hier sind. Was ist denn so ein Treff mit Descender? Ah ok. Was ist denn so ein Treff? Was ist denn so? 20 Stück. Magst du Schmerz? Bombarda! Brenn doch! Da ist unser Pferd! Da ist unser Pferd! Du bist ein verstohlener Schüler! Damit kommst du nicht davon! Dies hin! Du hast eine Menge Trolle ausgebremst! Tomate! Im Pferd! Gab es leider nichts, das wir machen konnten. Wie schade ist. Aber egal. Ah Mist! Ich muss jetzt mal kurz was gucken hier. Das war... ... ... ... ... ... ... ... ... Ach man, ich wollte doch nur den... ... ... die Spinne töten. Boah. Oh man! Was? Hab ich doch gemacht? ... ... ... ... ... ... ... Ich habe einen Weg hier leider. Was hab ich da immer noch mal getroffen? Keine Zeit. Schade eigentlich. Descender. Oh. Schön, dass du mal vorbeikommst. Kutio. Super�ignez. Wie ist es ... Ei das kann! Das war's für heute. Na gut, also hier bringt das nicht so viel, ich habe wahrscheinlich kein Lützer mal reinziehen, um zwei Dinger zu bekommen, dann versuchen wir doch lieber rumzufliegen und da welche einzusammeln, das ist glaube ich einfacher, beziehungsweise einfach und einfach, ne, aber hier ist es ein bisschen öde, okay, hüiii. Gucken wir doch mal, ob wir noch ein paar Gegner hier finden, die sich leicht und lustig verwandeln und töten lassen wollen. Mysteriös und beunruhigend. Was soll ich tun? Stillschweigend bewahren. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Oh, das könnte. Warte mal, es könnte auch sein, dass hier ein paar... LUMOS CONFINTO EXTEMYAM CONFINTO Habe ich einen Kaukohl hier? Ja. Oh. 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 Hör ah. Ähm. Hör. 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 Also besser mal gegen normale Gegner, weil das hier sind so spezielle Sachen, da habe ich nicht so viel Lust drauf. Ich habe ja keinen Summkramplattenrücken. Sag mal, das darf ich nicht einfach umwerfen. Dann weiß ich nicht. Okay. Okay, voilà. Händler? Da oben dann. Der Gegner? Was ist denn das? Dann... Offenbar haben wir einen Eindring durch. Halt den Wind! aber leider schon mal also weil er nur ein eine sache das ist wenig mehr sein zu den burgen darum nicht mehr los ist ja 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 die 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 es war ganz schlecht so viele übrig dass der hammer die viele schon lange verlassen so wir schaffen ja nicht alle heute das glaube ich nicht gut weitergucken das ist schwierig durch das machen möglich zu wenig gegner es gibt so einzelne häuser wo man denkt so krass wie viele einzelne häuser hallo ok so aber ich glaube das sollte auch gewesen sein für heute aber mehr duelleistungen müssen wir das nächste mal machen vielleicht verspringt auch ein paar für euch damit ihr alle miterleben müsst und dann lasse ich die letzten zwei drei offen damit werden die 100 prozent zusammen erleben vielen dank fürs zuschauen und ich hoffe ihr seid beim nächsten mal dabei und bis dahin tschüss bis gut tschüss tsch Servis Klick F u Untertitelung des ZDF, 2020